We can make this last all night Oh, warte, ich kann doch kurz Team Chess Hör mal, ist Lügen erlaubt? Ja, leider Keine Angst an Spawn war grad Wo ist das hier, unsere Team Chess? Wo ist unsere Team Chess? AGW, hier ist Lapis Sag ihr mal Wo ist unsere Team Chess? Team Chess, Team Chess Bei mir, bei Thunder Wo warst du da vorne? Nicht ich, du Du hast ihn doch gekillt Da vorne ist sie Ah, da eine von beiden Ich glaube die hier Nein, ist das untere Ja, hier ist es doch Warte, dann mach ich mir kurz den P3 Chess Oh, wir haben die neben Lukas Ja, ich, der macht, ich teste mal einen hier bitte Eins auf Jungs, der hat wirklich alle unsere Team Chess auch gemacht Nein, warte, ne P3 Chess Oh, so Vielleicht mach mal eine Fiaster rein Warzen Na gut Äh, du hättest dir Warte, 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 warte Scheiß drauf, gib mir Ench Warte, hier ist Ench, hier nimm schon mal einen Dave macht dir vielleicht noch OP2 Schuhe Gib mir, ja, das hätt ich grade vor Gib her Ja Wie viele Level hast du? Äh, ich hab Sieg Ja, dann kannst du selber machen Ja Also ich sag die machen 3 vs 2 Ja, ich sag auch, aber Wie gesagt, wir haben besseres Movement Und Punch ist veröffentlicht Verlaubt, na so fahr ja nicht Ja, die haben, die können halt Flame Nur Flame, ja, Flame haben die dich ja nicht verlenft Ich mein, mein Spearsop ist halt ein Sharp 2 Knockback, ne Das ist zwar fast genauso gut, aber es halt ein Knockback ist abfuck Ja, ich muss halt auf Crits vor allem gehen Ja Ja Was hast du für Zaubermann? Ich werd's dir jetzt sagen, ne Ich werd's dir jetzt sagen Wenn ich oder du eingekillt Ja, egal welche Kills Ja Wir werden einfach, wir werden dann einfach 2v1 raufdauen Es ist egal, ob du dann da noch umhörst Ja, wenn der andere dazu joint, dann fight mir den dann mit Ich guck hier grade noch ein bisschen um, weil jetzt sind ja noch ein paar gestorben Und guck hier grade noch ein paar Kisten, vielleicht find ich da was leckeres So Genau so lecker hab ich meine Tiers Da noch 200, okay Äh, hier lang Da lang Ja, da lang Nein, da lang Hab's Ja, da lang Ja, da lang Sehr gern Wann kommt eigentlich mal Erik von der Klassenfahrt wieder zurück? Äh, heute, aber er spielt erst morgen So eine folgen also leute ab morgen die folge sind wir wieder alle zusammen ja ja wir sind wieder alle vereint außer wir sterben jetzt ein bisschen aufgeregt ne oh mein gott bei mir ist eigentlich gerade alles gerade noch die werden lasst mal hier falten rennt drauf man tiger ihr beide ok die beiden glissi soviel zu zwei vierte dir zwei vierte drei vierte also bei dir stimmt's ja nicht naja ich bin fort bis v3 was laberst du was ja drei vierte p2 der andere kann immer weg wo ist glissi wo ist glissi ja da unten ist das ja der ist nicht rein mit dem oh die machen einer palt die haben p3 oder sowas wo bist du gefangen ja bloß auch noch hey ich bin am wasser schluss 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 Du musst doch mal gacken Schön, Panda! Ich bin in der Lava Er will abfahren, er will abfahren, er fällt, ich fällt Ich hab zwei, drei gefällt Ich hab zwei gefällt, ich hab zwei gefällt Wunderschön gefällt Ich bin im Crew-1, Panda Dave gappt vielleicht Ich geb nochmal Nee, ich hab's nicht Haben wir alles Und wo seid ihr dafür? Über den Berg, über den Berg, über den Berg 160, 260 Richtung X, nee, Z plus 160, 260? Je nach vier, du musst jetzt fett quicken Ja, da, hi Ich glaube fünf, ne ich muss eigentlich Ich muss eigentlich gacken Ich hab einmal gacken Ich hab drei, ich werde drei mal gacken Ich hab die, ich hab die Ich hab seine ganze Rüstung Ich kann mich auch vier machen Alter Leute, ich könnte ein Mob killen und dann Ich hab vier machen Alter Leute, ich könnte ein Mob killen und dann Ja, scheiß drauf, scheiß drauf Ich geh auf den Daktor, okay? Ich kann das movement Oh mein Gott, ich kacke, ich kacke Ich kacke, ich kacke Ich hab da Schön Schön Schön, Dave Schön Hey Clued, okay? Ähm Und Tretel Und in den Jörg Ja Ja, er fand das auch voll aus Bei Dias, Handwerking 2 sagt Können wir mal das? Ein bisschen leer Ein mit einem Scheiß-Soffer Fangen wir, fangen wir, proben wir Einfach nur das Tape gehen 20, 24 20, 24, 24, 24 Oh, f*** Ja, Spielgick, glaube ich, mittlerweile Ich sag, ich sag, ich sag, ich sag Geht ruhig, ich sag Geht ruhig, ich sag Blöde Einfach noch Gap, 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 Hanna Ich hab' Ich hab' So viele Feinde, Digga Er ist alleine drauf, er ist alleine drauf Seine Bates tot Äh, keine Ahnung, nicht Scheiß drauf, da, da Äh, die Stimme schärf ich nicht weg Äh, Ende Doch, die Mates sind tot Doch, die Mates sind tot Was? P3 Was, P3? P1, du, äh, Chessplate Aber mit Tornen, mit Tornen Doch, Toady Ja, doch, diesen Toady ist auf jeden Fall tot Ey, Scheiß drauf, Scheiß drauf Wir, wir machen das gleich Ja, Junge Wir können ihn fighten Wir können ihn fighten Ja, ja, ja Ähm Hier, noch ein Lava für dich Noch ein Lava für dich Hier liegt noch ein Stack Feinde, though Ich hab' vier Iron Digga, was, Erik, alles noch passt Ja, Dian, nimm, 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 nimm Warte, gib Ende, hast du Ende von dir bekommen? Äh, ja, hab' ich Test Ja, ich hab' vier Ja, let's go Oh, lecker Guck mal, wer da ist Warte, bitte Ich hab' fünf Gaps, ne, du? Äh, ich habe neun Hier, zwei Neun, gib mir zwei Oh mein Gott, ich dachte, das wär' Ninja Auf einmal kommt da ein Fuhil dir angesprintet Oh mein Gott, so schön Armin, na, fick dich Hä? Entschuldig gemacht, Jungs Ja, äh, Spawn ist da Ohne Oh, ich hab' Ja, ich weiß schon, wo Spawn ist Oh, wär' Ninja dann, ja Wohl, wohl Ich hab' alles genutzt, lass' einfach'n Länder Ich glaub' nicht, dass Ninja alleine Spawn ist Es ist Ninja Ja, okay Aber auch'n Tobi-Bonn, der ist krass Der ist auch'n Tobi-Bonn, müssen wir aufpassen, ne? Ja, ja Ich weiß nicht, ob der andere Major tot ist, ne? Oder war nur Toadie sein Mad V-Chip Ah ja, okay, der ist auch tot Okay, perfekt Komm, jetzt auch noch den achten Killfall machen Ich hab' Top-Killer wieder! Ja! Ich hab' Top-Killer wieder! Ja! Nein, nein, ich hab' sieben Und die, die wir gekillt haben, sind heute gestorben, Bro! Ja! Also Sonntagsbraten und Maffens sind tot, glaub' ich Und Karl lebt noch Oder Maffens sind noch Und Karl lebt noch Irgendwie so Man hätt' diese Chess mit den Diamonds schon früher gefunden Wahrscheinlich waren die damals zu der Zeit noch nicht tot oder so Hallo! Machen wir so SP-Frage-Zeichenfragen? Wollen Sie Tee trinken? Ich könnte mir P3-Boots eigentlich Ne P4 sogar Tchchô Ich könnt mir P4-Thorne-Thorne-Thorne-Thorne-Thorne Ich könnte mit P4-Thorne-Thorne-Thorne-Thorne-Thorne Ich könnt mir Unbreaking 2 machen! Ich kann mir Unbreaking 2 machen Ich hab' Farre-Fall, Link habe ich Unbreaking 1 Thorne! tasted nicht Was? Die hat Thorne? Äh die hat Tornen Hey... ja, die hat Tornen Heh? Dann wollen wir einfach Spawn chillen, willst du hope Ich würde Nether gehen, ehrlich Ne, da, by the way, den ich gekillt hab, der war, äh... Hier geht aber Minecraft. Ich mach Auxys dem Chast zu, der Wichser hat das nicht verdient. Auxys, Auxys ist cool, aber das Clame hab ich gar nicht genug. Äh, ich kann dir noch zwei Power-2-Bögen geben. Ja, try not. Man hat den Power-1-Bow halt mal, ne? Ja, ich pack hier einen Pro-2-Helm rein, mal. Noch in unsere Küste. Vier Gold rein. Ich hab bei meinem alles gelootet. Ich auch. Ich nehm noch einen Very Damage Anvil für dich mit. Das kann da rein. Ich hab zwei Very Damage Anvil, jetzt hier drin. Hä? Warum ich? Also wir können... Ja, pack, wisst du, was ist die Kiste? Alles gut, alles gut. Alles für 4P3, Ende. Reiß weg. Ich hab Fortune! Was? Fortune 1. Fortune 1. Zeig! Wie Zeig? Ja! Mach rein! Halt die Fresse! Kommt rein! Hey, stopp rein! Digga, das kannst du so vergessen. Das werd ich niemals loosen. Ja, Digga. Das nämlich zum Abfacken im Nether ist krass. Ja, du bist mit! Wir könnten jetzt noch anfangen Pots zu... Ja, ja. Wir können auch jetzt noch anfangen Pots zu bauen, ne? Guck mal vielleicht, ob Ninja vielleicht ein Nether ist. Ich würde halt zusammen lieber rein. Ja, der ist halt ein Nether, aber... Ja, klar. Ich kann... Der ist halt wahrscheinlich ein Nether. Ich hab Panda-Toll gerade so tot gesehen. Ja, ich mich auch. Aber... Alles gut. Also ich bin... Was? Hä? Hä?? So bist du Panda... Die haben äh... Die hatten äh Fullench, also nicht Fullench, sondern... Wie heißt der Scheiß? Highench. 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 Ja, Jo, zwei Minuten im Nether, dann kriegen wir eh nix. Lass uns versuchen die Sekunde. Ja, und nimm halt Mobs mit. Mobs geben uns die Sekunde. Ja, ich hab Jo, nein, nein. Hast du noch ne EP bekommen? Nö. Ne EP, nö. Das kam früh. Ich lauf halt bisschen. Hab EP! Ja, warte mal den Schnell hier so, glaub ich. Okay, das kostet sogar 6. Bringt dir nix. Hallo. Stimmt, erst wenn die Folge online ist. Einmal meine Folgen hochladen. Schreib mal, kann man mitnehmen. So, HFP3. Hä, du bist Nenner? Nö. Ich fahr einfach Mobs. Ah, noch nen Enderman, noch zwei. Ja, geil, nimm mit. EP. Aber ich kann mir jetzt was machen. Ich mach mir... I don't know, ob ich jetzt... Auf Nenerman? Ja, die mach ich, glaub ich. Dann werde ich die Kill machen. War Gift, der da? Ja, der eine Endwill ist halt direkt drauf. Digga, eigentlich haben wir komplett comeback jetzt dadurch gemacht, durch die Kills. Ja, haben wir auch. Wir haben den Trio eliminated. EP, ich hab zwei EP. Ich hab auch zwei EP. Ich schneide das jetzt richtig geil. Ja. Digga, aber wie Tom X gekriegt ist, ist halt geil. Nee, der... Ja, dieser Dreiviertel, den hab ich geil. Den hab ich geil. Den hab ich geil. Und dann bist du noch voll gestorben, in der Mid-Fight. Die Fresse, ey. Ist mir egal. Hä? Moment, das ist halt gar nicht so gut. Ich mach mir lieber ne zweiten, dritten Wassereinmacht. Warum bist du aber so all-in gegangen, Bro? Das darf nicht noch mal passieren, Banda, okay? Ja, ja. Du, ich sag, diese Gaps to save und so, auch mit den vielen Gaps. Ich hab dich gleich schon wieder tot gesehen. Und ich hatte keinen Gefall. Ich war im Wasser und hab ihn nur gebaut. Ja, ja. Ich hätte da jetzt auch nichts hingehelfen können. Ja, ich wollte halt Gaps sparen. Aber es hat geklappt, also... Das war's bei mir mit der Folge, Jungs. Überleg mal, Digga taucht auf einmal auf. Du, du gehst so schnell, du gehst so schnell wie möglich in den Support und holst dir einen Strike. Okay. Obwohl... Ich müsste ihn eigentlich bekommen. Ich betreffte P3. Aber Sicherheit geht vor. Ich weiß, dass Tommy schreibt, dass ihr GG Jungs, ich bin so unnötig weggequickt. Gönne euch das aber am meisten, macht was draus. Wenn du wüsstest, dass sie ihn eigentlich... Ja, das war's für die Folge. Schaut bei dem vorbei. Bis dann und ciao. Ciao.